Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 31 von Towns. Ja, laden wir unseren Spielstand und dann gucken wir mal. Letztes Mal hatten wir irgendwie sicher die Steine eingegeben, da sind sie ja auch noch. Was mir auffällt, ich hatte hier drei weggemacht, das war in meinen Augen nicht ganz so richtig. Da sollten wir vielleicht zwei wieder von hinsetzen. Und zwar den und ja, Shift-Taste nicht gedrückt, dann geht das auch nicht. Ja, jetzt habe ich hier oben gerade noch einen grünen Schleim gesehen, der verläuft sich da noch. Und da haben wir wahrscheinlich irgendwie mal aus dem Keller mitgezogen. Ja, Beerdigungsinstitute müsste man mal anrufen, damit hier was passiert, das ist ja widerlich. Könnte mal passieren, dass da einer einen Schreck kriegt und tot umfällt. Ja, was passiert hier nicht, das ist die Frage. Wir haben 16 Leute, 25 Happiness haben wir, 32 brauchen wir. Also das ist irgendwie noch nicht so das Konzept, das wir hier richtig haben, oder? Ja, ich hätte jetzt fast gesagt, das ist hier zu weit weg oder sowas, ne? Können wir da einen Durchgang machen? Ja, können wir. Machen wir einen Unlock. Und ich mache da dann eine Tür hin und pflanze mal hier genau das Getreide da hinten an. Stoppals hier. Also die laufen jetzt da schon durch. Ich mache mal hier eine Reihe da hin. Und können wir das umgraben. Ich hoffe, die setzen gleich mal die Steine dann auch um. Getreide ist schon da. Das ist vielleicht zu weit weg, ich weiß es nicht. Geht es dann schneller, weil die Wege kürzer sind? Würde ja Sinn machen, oder? 24, eben waren es 25, auch weniger geworden. Was sagt hier unsere Cowboy Starved? Ghost of Pastelos dies, auch schön. Hauptkoblin dies, auch schön. Ja, da ist nichts passiert. Und wir sollten vielleicht mal gerade gucken, dass wir vielleicht was Neues hier angeben. Dann könnte es vielleicht klappen, dass er einen in den Weg nimmt und da rüber trägt. Jo. Machen wir da auch noch einen Unlock raus. Und Machen da einen Neuen hin. Dann nimmt vielleicht auch der Zweiten da einer weg. Dann brauchen wir Tür. Macht jetzt gerade keiner. Schade. Da kommt einer, der macht es. Okay. So, ich glaube, da haben wir jetzt eine Tür gesetzt. Jetzt können sie hier noch arbeiten. 23 sinkt sogar eher. Schade, ne? Haben wir Holz irgendwo? Auch nicht so wirklich. Läuft recht schlecht. Gut. Soldaten haben wir nicht. Hierro wieder kaputt gemacht. Oder was war das, ne? So, egal was passiert, die bauen das jetzt ab. Das auch. Das auch. Das auch. Das auch. Das auch. So, Kohle. Wurde ja schon abgebaut. Wurde ja schon abgebaut. Das können wir jetzt gar nicht sehen. Da liegt Kohle. Der baut ab. Der auch. Ich bin jetzt etwas näher. Und wird jetzt wahrscheinlich angegriffen. Ja. Ja. Aber das sollte er ja alleine schaffen, oder? Ja. gut. Gut. Jetzt ist hier gemeinschaftliches abbauen angesagt. Ist der auch angewählt? Ich glaube nicht, ne? Jetzt aber. Gut. Das ist nur die Frage. Kriegen wir jetzt eine Fackelzugange. Weil die braucht man noch hier, ne? Da konnte ich das nicht mal sehen, wie das hier... Ah, der ist schon fertig, oder was? Ne, da ist ja ein X dran, ne? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Fördert nichts, oder? Was will uns das jetzt sagen? Hier wird weitergekämpft. Das ist aber ein Held, der das macht. Ich glaube 3x3 fällt. Das würde hier jetzt nicht ganz klappen, ne? Okay. Da wird weiter entdeckt. Auch gut. Aber jetzt geht er natürlich nicht weiter vor. Da kommt noch jemand und baut was ab, oder holt was? Eins von beiden. Baut ab. Gut. Da ist keine Kohle mehr. Gut. Ah, der Held ist da oben. Schlägt sich da mit einem Goblin. Hopgoblin. Okay, hat er nicht geschafft. Und jetzt flitzt er und der kommt dann mit. Soll nicht das Problem sein, oder? Und was sieht das hier schön aus? Evening. Okay. Und da kommt einer. Und, naja, der ist schon ziemlich angeschlagen. Sollte also auch so funktionieren. Ja, hier wäre natürlich schön, wenn wir da eine 3x3 Fläche hätten, weil dann können wir auch so ein Mein Schaft da hinstellen, aber das geht ist noch ein anderer Fall. Und es ist schlecht, wirklich schlecht, dass da einer immer hinläuft. Ach, wir können mal eine Stufe schneller machen. Ob das abpickt und mehr nicht. Hm. Zwei, drei. Sieht aber nicht danach aus, als ob da unten drunter noch was ist. Da kommt noch einer. Ja, wir können aber hier gerade... Ja, wenn man die Shift-Tasse nicht drückt, dann springt das wieder zurück, ne? Warum ist das so rot und der eine nicht? Interessant. Diese Einrichtung hier war doch dreimal... Nee, zweimal zwei. Das würde bedeuten, wenn da links, was ich jetzt nicht sehe, noch einer ist, dann würde das ja auch funktionieren. Aber da müsste es jetzt grün sein. Und das ist es nicht ganz. Weil das Goblinit da im Weg schlägt. Machen wir hier gerade einen Stockpile hin. Machen wir hier ein paar ITEs hin. Manage Stockpile und das kommt da hin. Okay, da ist irgendwie auch die Treppe gerade, ne? Aber gut geklappt. Kriegen wir schon. So. Ja. Ja. Ja, da kommen wieder welche. Gehen runter, gehen hoch. Wo gehen sie alle hin? Oh, hier ist schon fast zu. Das hat gut geklappt. Da können wir auch den einen Stein noch setzen. Der da... Ah, die anderen sind hier runter... Ah, die sind runtergefallen. Okay. Dann wollten die nicht so schön, wie ich wollte. Und das klappt sogar. Ja, die Tür fehlt noch. Keine Ahnung warum. Hier ist schon wieder ganz viel Essen fertig. Wie sieht's denn mit Essen aus? Wahrscheinlich ganz schlecht. Ja, zwei, drei Birnen. Hier ist auch noch nichts umgegraben. Wär auch schön, wenn da was passiert. Aber die Tür, die benutzen sie schon, die nicht da ist. Happiness 24, schade. Ja. Komisch. Das jetzt hier nicht vorangeht. Wie sieht's hier mit dem Essen aus? Oh, komm, da... Machen wir das gleiche noch einmal in grün. 3D steht ohne Ende da. Klappt irgendwie schlecht. Ist... Oh, ist das doof. Oh, es muss irgendwas sein, weil das Spiel steht. Ein Angriff. Und... Ein paar Spiders. Nur wieder einer. Effekt-Piercing-Damage. Ah, interessant. Ja, sollte nicht so schwer sein, die Ummecke zu bringen. So... Hier passiert irgendwie nix. So, Attacke geht los. Einer ist am Essen und muss sich gleich mit einer Spinne rumschlagen. Aber ich glaube, sie sind zu dritt und das sollte gut gehen, ne? Und da drinnen ist auch noch einer. Aber die sind schon alle erledigt. Jetzt kommt noch dieser Goblin, oder? Was ist es? Ja. Der kriegt aber auch kurzerhand einen über die Mütze. Hier ist noch nix passiert. Ja, gut. Oder auch nicht gut, wie man sieht, ne? Hier fehlt es auch noch. An drei Löchern, vier Löchern. Keiner möchte was machen. Keine Ahnung warum. Aber wahrscheinlich sind sie gerade alle am Äpfel machen. Apfel, Moos und Bieren, Moos. Da ist schon soweit. Okay. Und ja, hier müssen noch welche hin. Ah, sind gerade welche gekommen. Die waren hier unten. Gut. 17. Happiness ist unten. Ganz schlecht. Irgendwas machen wir falsch. Ich weiß nur noch nicht was. Vielleicht brauchen die alle ein Dach über dem Kopf oder sowas. Dann ist alles prima. Ja, Wände. Wände. So, den sollten wir vielleicht noch auswählen. Dann geht das auch, ne? Da auch. So, haben wir dann da auch gemacht. Klaus-Menü. Ein Fehlklick war dabei. So, dann sollen sie mal richtig holzen hier. Da sind wohl zwei. Da passt's. Zwei sind umschlagen. Da ist gut, da ist gut. Ja. Irgendwie fehlt auch Grünzeug hier drinnen, ne? Kann das sein? Das sollten wir vielleicht auch mal bedenken. Dass wir mehr Deko haben. Ne, das war schon richtig. Wo sind denn die Blumen? Da. So. Passt. So, überall Blumen rein. Gucken, dass es auch was wird. Da. So, jetzt essen sie alle Birnen. Happiness ist 19. Und, oh, guck mal, hier wird umgegraben. Dann können wir da gleich Getreide hinpflanzen. Und wenn wir das da hinpflanzen, dann können wir es hier eigentlich auf Dauer weg machen. Rot ist eins drinnen. Schon knapp, ne? Gut, okay. Aber ich würde erst mal sagen, für die Folge soll's auch reichen. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. 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 Tschüss.